Rüst eine Waffe auf bei Salty Springs. Dies sind die neue Woche 5 Herausforderungen, die sich am Donnerstag freischalten werden. Genau Freunde, ich zeige euch wo Salty Springs ist, aber eigentlich müsst ihr schon wissen wo Salty Springs ist. Hier ist Salty Springs, ich markiert euch mal, genau hier. Dann müsst ihr hier in das rote Haus gehen, hier nebenhin und dann hier rein. Und dann geht es hier zum Beispiel, sage ich mal, in eine Umrüststation und dann geht ihr... Ihr macht es am besten in Gruppenkeilmodus, denn vor allem den Gruppenkeil, da habt ihr sowieso schon mal mit Umhalt, sage ich mal, die überhaupt umzurüsten. Weil ihr solltet ihr aufrüsten, genau nicht umrüsten, sondern aufrüsten und zwar habe ich zum Beispiel hier ein Leergewehr. Das solltet ihr zum Beispiel dann jetzt... Zum Beispiel solltet ihr das dann jetzt... Dann um aufrüsten, hier steht aufrüsten. Für die ist nur noch 100 Metall. Und wenn ihr das dann gemacht habt, aber wenn, sage ich mal, für euch hier zu viel los ist, zeige ich euch das auch noch gleich. Dann würde ich sagen, könnt ihr gerne auf das Video schon ein Like da lassen. Über ein Abo würde mich sehr, sehr freuen und über auch einen Daumen. Und über die Glocke würde mich sehr freuen. Ich finde dann jetzt nicht eingeblendet, keine Kotiki oder so. Und zwar, wenn euch hier zu viel los ist, Freunde, dann macht ihr einfach den hier. Dann habt ihr schon zum Beispiel. Aber wenn für euch hier zu viel los ist, Freunde, dann baut ihr dieser Reibord ganz einfach easy ab. Ihr seht es hier. Dann könnt ihr das zum Beispiel hier einpacken. Und dann zum Beispiel hier aufbauen. Und dann könnt ihr zum Beispiel... Seht mir jetzt 100... Wie viel Holz? 150 Holz. Jetzt solltet es gehen. Und dann macht ihr es einfach hier zum Beispiel. Macht es am besten in Gruppen, Carlos, so gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wie gesagt, ihr findet jetzt oben rechts eingeblendet meinen Kanal. Plus könnt ihr gerne... Ähm... Dann findet ihr unten auch das letzte Hochladen-Video. Und da würde ich sagen, haut da rein! Ihr sprudeligen Sprudels und die Herausforderungsmenschen. Bis dahin, euer Sieben. Bis dahin. Bis dahin!